Cool. Cool, keiner drin. Lass uns erst was trinken. Ja. Der Trend geht zum dritten Arm. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Trend ist. Oh, Feuer ist aus. Kannst du einfach wieder anmachen, glaube ich. Ich brauche mir keine neuen... Was hast du eigentlich mit den Knochen gemacht? Die habe ich bei mir im Rucksack. Ah ja, okay. Da will ich gleich... Tatsächlich will ich da gleich... Wo sind denn die ganzen Knochen hier hinten? Ich will da gleich so Lampen draus machen und so. Für unseren Innenraum. Aber erstmal brauche ich mehr Stämme. Wachsen Bäume eigentlich nach, wenn man die Stumpfe da lässt? Stümpfe? Stümpfe? Shit. Willst du ein bisschen gutes Fleisch haben? Warum betonst du gut so sehr? Aua. Eichhörnchenfleisch ist kein Fisch. Ach. Hast du eins gekriegt oder was? Vorsicht, ich werf es rüber. Ich habe drei Eichhörnchen. Ja, mach mir einen Schnitzel fertig. An Altersschwäche. Schnitzel? Okay, warte, ich muss kurz Eier besorgen und Paniermehl. Alter, hier laufen, hier laufen irgendwie fünf Eichhörnchen drin. Oh, ich glaube, du hast gerade eins erschlagen. Ah, nee, doch nicht. Okay, das wäre... I never mind, du hast wirklich eins erschlagen. Oh mein Gott, du hast fast nicht erschlagen. Hast du eins fertig? Nee, du musst in mein Inventar. Drück mal in mein Inventar. Und wenn du da bist, das siehst du dein Inventar. Und du musst einfach nur das Zeug, was du mir geben willst, reinlegen. Guck Fleisch, genau. Und jetzt guck mal, dass du... Guck mal, dass du die Palisade weiter stabilisierst mit den Stöckern. Ich baue das Haus weiter. Ja, ich habe einiges an Stöckern. Was ist, wenn ich so Affenviecher sehe? Ding nur regulieren erst mal, solange sie sich nicht angreifen. Ah, jetzt wird mir hier so eine Linie angezeigt. Siehst du das? Ja, ja. Zum ersten Mal. Ja, ja, das hält schon. Du kannst die Zwischenelemente wegnehmen, wenn du die Stabilisation von dem... von dem Gesamtkonstrukt sichergestellt hast. Also du musst dann nur... Die müssen sich halt stützen. Und dann ist das gut. So, okay. Alter, hier sind überall tote Fische. Ey, wenn man jetzt irgendwo in Polen wäre, würde man denken, es gibt wieder so ein Giftgas-Lack oder so. Scheiße. Und dann überall Steine rein, ne? Ja. Ich versuche mal weiter... Versuche mal weiter Holz zu holen. Jetzt kommen die zu mir. Okay, ich never mind. Okay, bei dem hier kann man keine Steine legen. Ich bin ja mean. Ich geh mal da hinten hin. Oh, hier sind Steine. Hier sind eine Menge Steine, Alter. Du, Dreckschwein, verpiss dich. Kann man irgendwie auch hier mit dem Rasenmäher mal durchgehen und das ganze Gras kürzen? Ah! Wobei, das Gras geht ja weg, wenn man da irgendwas drauf baut und dann direkt wieder abreißt. Oder bewegt, keine Ahnung. Ja, du kannst auch mit deiner Axt danach schlagen, glaube ich. Okay. Nee. Alter, ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Sperr laufe, ne? Wenn ich die Dinger drüber werbe. Ja, das ist ein bisschen gefährlich. Ähm, hier müssen doch Stöcker liegen. Gleich werfe ich den Baumstamm nach dem Viech hier. Da muss immer noch ein Baum auf ist zu fällen. Was willst du fällen? Ein Baum auf ist drauf. Das Vieh. Ah ja. Ist aber schon, also, was ich jetzt bis jetzt gesehen habe, ist KI-technisch schon ganz cool eigentlich. Okay. Also, die Viecher verhalten sich. Oh, ich glaube, ich habe Virginia getroffen. Da kam irgendein Sound. Warte mal. Oh ja. Sie ist tot. Nein, Spaß. Alles gut. Aber sie hat irgendwie gestört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast hier gerade einen auf den Kopf geworfen. Was ist die denn da auch drinnen? Und ich stehe hier und sehe, wie die zwei Dinger so schön oben rüber fliegen. Was soll ich denn machen, hä? Wir können sie nicht rauslassen. Die kommt nie wieder. Gott, Alter. Trennt hier die ganze Zeit komplett terrified rum. Kriegt irgendwie Raumstämme auf den Kopf geworfen. Komm. Virginia. Kann man sie verraten? Wieso zeigt Kevin auf mich? Was soll das? Achso, weil ich Waffe in der Hand habe. Warte, warte, warte. Hä? Ich versuche sie mal rauszulassen jetzt. Die geht mir so überlaufen. Schwimmt hier ein Affenmensch oder hast du den gekillt? Ist der ertrunken? Lol, der ist ertrunken. Nice. Oh, ist sie jetzt weggelaufen? Nee, nee. Sie ist hier. Die muss auf die andere Seite. Ich habe da drüben zwei frei gemacht. Sie soll da rüber gehen. Virginia, verpiss dich jetzt hier endlich. Ich schwöre. Was machst du da? Ich bin Rosi. Virginia. Lauf. Ich treib sie wie so eine Kuhherde von mir. Virginia. Oh, hier ist noch ein Eichhörnchen durch. Virginia. Da, durch die Lok. Hier, ne. Oh, es fängt an zu regnen. Schnell, sie muss weg. Sonst ist es nicht mehr FSK-konform. Raus hier jetzt. Raus jetzt hier, Virginia. Raus. Oh Gott, man kann wirklich durchgucken. Du dreh dich weg. Raus jetzt hier. Raus. Raus hier. Oh Gott. Virginia, ich will dir in die Augen gucken, aber du machst es mir schwer. Virginia. Virginia. Virginia, raus hier. Oh mein Gott, mach dich raus jetzt hier. Virginia, ich schwöre dir, ich mein's erst, wenn ich sage, du sollst dich verpissen. Los, Calvin, schick sie raus. Oh mein Gott. Virginia, ich raste vollkommen aus jetzt. Hat gerade einer dieser Affen gebellt? Machen die Rope, oder was? Virginia. Haus jetzt. Virginia, du hast nichts an. Weg hier. Virginia. Da ist sie. Jetzt rennt sie raus. Virginia. Oh nein. Virginia. Virginia. Ich glaube, oh mein Gott. Ist sie dumm oder wo? Woanders die Wand aufmachen. Hier tummeln sich Eichwünscheine, als wären es Ratten. Das sind wie sechs Stück hier. So viel habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Ich schwöre dir, ich verliere die... Virginia. Ich verliere die Kontrolle, Virginia. Haus hier jetzt. Du soll... Ach, du Scheiße. Aber sie hat auf jeden Fall nur zwei Nippel. Das ist gar. Raus. 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 Mädchen, renn doch raus. Bist du denn komplett bescheuert? Renn doch jetzt endlich raus. Raus jetzt. Raus jetzt. Kann man ihr denn wenigstens hier einen Shelter bauen oder sowas? Scheiße, scheiß auf sie. Ich habe es versucht. Ich gebe ihr jetzt hier nochmal einen Exit. Aber... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Virginia. Ja! Sie ist weg! Schnell zumachen. Viel kommt nie wieder. Wir müssen das zumachen jetzt. Am besten nehmen wir mal hier oben was weg. Ach so. Naja, ich habe das jetzt nur... Ah, ich besorge eben ein neues... Champions League, Alter. Woher kommt plötzlich Champions League, Alter? Was ist das, Böck? Hey, soll mal Twitch einer... Also Twitch soll man aber nicht sagen. Ich habe es nicht versucht. Einer fehlt noch, ne? Ja. Ich glaube, wir müssen... Gibt es auch einen Malus für durchgenässt, durch Regen. Ne, ne? So. Wir müssen erstmal hier oben Bretter hinlegen. Ansonsten können wir da nicht... Weißt du? Wir müssen hier oben sozusagen erstmal einen Boden erschaffen. Weil wenn es kein... Weil wenn es kein... Ähm... Hä? Wieso kommt hier so ein... Oh mein Gott. Wo? Kannst du mir den Baum hochwerfen, Alter? Und ich kann ihn fangen? LOL! Ja! Save! Bier aufm Bau! Mein Gott, es regnet so doll. Es ist wirklich krass. Dann hört man zwischendurch immer so einen Aufschrei. Aber man hat hier... Von hier oben halt echt eine gute Aussicht. Was soll denn dieser scheiß Schmetterling? Verpiss dich. Werf ruhig erstmal alles rein. Doch erstmal mit einem Schmetterling sagen. Er soll sich vermissen. Wir werfen erstmal alles rein. Ne, auf die Kelvin-Seite. Ja, ja. Und dann... Und dann nutzen wir das Holz. Oh, warte. Ah ja, stimmt. Es darf ja nicht die Construction treffen. Alter, es ist... Es ist Games schon geil. Man kann ja nicht... Drei Meter weit werfen. Ich fühle mich einfach eiskalt wie Jim Wiese. Ich fühle mich wie Brock Lesnar. Er hat seinen WWE-Vertrag und seinen UFC-Vertrag auslaufen lassen, weil ihm das nicht nur genug Geld bringt. Jetzt lebt er wie ein Eremit im Wald. Und wirft Baumstämme über andere Baumstämme. Ja, ja. So, jetzt... Ich kümmere mich mal ganz kurz um die Stöcker. Ja, ich habe auch noch ein paar Stöcker, glaube ich. Habe ich? Ja. Steine habe ich auch. Oh, das ist hier aber... ...schlecht. Wer weiß der Chat eigentlich, dass die die alte Virginia heißt? Ich glaube, das ist die, die wir suchen müssen, so wie ich das jetzt verstanden habe. Ach stimmt, da war ja irgendwas. Wir müssen irgendwelche Leute suchen. Habe ich im Helikopter gesehen. Habe ich im Helikopter gesehen. Genau. Vorsicht Baum, Vorsicht! Den fange ich, ich fange ihn. Ne, ich habe auch Teil 1 nicht gespielt. Warte mal. Du hast Teil 1 nicht gespielt von Forrest? Doch. The Forest? Das hier ist Teil 2 von The Forest? Das ist Teil 2 von The Forest, ja, ja. Krank. Das hätte... Klar hast du das gespielt. Das ist 2013 rausgekommen. Das wollte ich immer haben, aber ich habe es nie geholt. Ehrlich nicht? Ne. Krank. Also wirklich krass. Weil das schon so sehr... Ja, soll ja ganz gut sein. Ja, klar. Wir haben also... Den ersten Teil habe ich auch extrem gespielt eigentlich. Das war so das Ding, ne? Wört, shit? Ja, schon, ne? Teil 1 war krass. Auch mit Koop und so. Das Ding hat eigentlich erst Spaß gemacht. Wenn du das mit mehreren Leuten gespielt hast. Ich habe aus Versehen einen rausgehauen. Kannst du den neu setzen? Ich packe Steine ran. Hast du den schon irgendwo hingelegt hier? Ach, du hast keinen Stock mehr? Ne. Okay, warte, dann setze ich den selber. Ich habe aber noch Steine. Müssen wir aber ganz vorsichtig sein. Naja. Aber jetzt sind wir einigermaßen protected, ha? Aber was bringen die drei Steine an den Dingern? Die sorgen dafür... Normalerweise, wenn du jetzt gegenlaufen würdest, würde das umfallen. Die drei Steine sorgen dafür... Alter, wir haben hier eine unendliche Stein-Ressource, fällt mir gerade auf. Die spawnen halt sofort wieder, die Steine. Nice. Die Steine sorgen halt dafür, dass das Ding einigermaßen stabil steht. Okay. Ja. So ein Fundament, könnte man fast sagen, genau. Oh ja, die spawnen halt wirklich einmal direkt neu, wenn du dich umdrehst. Ja, super gut. Aber stell dir mal vor, du müsstest intensiv Steine suchen für die Scheiße. Hättest du ja überhaupt keinen Bock. Da wäre ich raus. Ja, auf jeden Fall. Ist doch gut, dass man sich hier einfach umdreht. Und hier liegen überall welche. Mittlerweile komme ich auch echt gut mit der Steuerung klar. Motherfucker. Oder. Falt dich. Das war direkt vor mir. Ach, scheiße. Ich brauche noch einen Stock. Hast du noch einen Stock? Nee. Doch. Dann setzen wir hier noch einen hin. Auf den Stein? Ja, ja. Ich habe die Steine dafür. Der Wichser ist auf dem Baum da hinten. Okay. Oh ja. Ein Sälchen kaufe ich mir. Warte mal. Oh Gott, der kommt. Motherfucker. Ey, mach das mal einen rückwärtszahle, du, vom Baum. Die Animation scheint immer anders zu sein. Vor dir ist ein Vogel. Die kaufe ich mir. Ich mache hier seinen Baum nieder. Komm rein. Das ist ein Lieblingsbaum, Chat. Der Pendero. Da soll er gucken, was er davon hat, dass er mit uns fickt. Geht erst mal. Er trinkt. Er trinkt. Er geht erst mal trinken. Nicht in Ernst. Der trinkt wirklich. Lol. Lol. Hä, wie schnell der ertrunken ist. Oh, moin. Das rüberwerfen einfach. Das rüberwerfen einfach. Ich muss mal was trinken. In dem absolut nicht kontaminierten Wasser. Direkt neben der Leiche von dem Kollegen, der gerade ertrunken ist. Wo ist denn jetzt die, die gute, ach, die ist hier vorne. Die läuft da rum, glaube ich, ja? Ja, die geht jetzt gleich in einen der Stecker rein. Lol. Lol. Manipuliert die gerade hier unsere Fallen? Darauf steht die Strafe Arm ab. Gott sei Dank hat sie drei. Das ist mit einem Bonusarm. So, wirf mal rüber und dann gucken wir mal, dass ich hier nochmal ein bisschen. Meine Hände sind voller Blut. Du kannst ins Wasser gehen, dann wirst du sauber werden. Ja, ja. So, du musst mir mal Bauarbeitermäßig, musst mir mal Jean-Luc-mäßig die Scheißsätze hier hochwerfen. Ach so, ja, bei dir, ne? So. Zementsecke. Wirf den Zementmischer an. Martin, kannst du mir mal einen Zementsack reichen? Wirf mal hoch hier, Günther. Hab ich. Hab ich. Scheiße. Kannst du mal da unten, tu mir mal einen Gefallen, kannst du die Schläge mal abreißen und eine gerade hinstellen? Kann man auch so hinstellen. Okay, perfekt. Warte. Weil dann kann ich nämlich jetzt... Ich glaube, die brauchen wir gar nicht. Echt nicht? Okay. Nee. Günther, wirf mir noch mal einen Zementsack hoch. Höh. 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 Okay. Ich glaube, das geht nämlich dann auch ohne. Wirf mal hoch jetzt. Höh. Alter, den hab ich voll in die Fresse bekommen. Hast du damage bekommen? Ich glaube, ja. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Kannst du den, die... Warte mal, kann ich das hinlegen? Okay, alles klar, kann ich. Wirf hoch. Hey, das... Alter, Digga. Und der fährt erst mal runter. Ja, moin. Hier, halt mal kurz. Ich muss mir die Schuhe zu binden. Alter, das ist schon gefährlich. Gerhard, du hast noch hier ein Brett runtergeworfen. So, einen brauche ich noch. Ein Brett, einen brauche ich noch. Einen. Alter, auf Krampf. So. Okay. Gott, wir haben noch richtig viele hier. Naja, wir können jetzt die Wände bauen. Kevin macht einen auf Sonnenanbeterin. Legt sich ins Wasser. Nassif, jetzt ziehen wir die Stützen wieder raus. Ja, und jetzt ziehen wir die... Moin. Die können wir nicht rausziehen, die Mitte. Aber die können wir auf jeden Fall... Du hast sie gerade rausgezogen. Ja, aber die hier nicht, glaube ich. Warte mal. Wenn das Ganze jetzt einstürzt, ne? Ich glaube, wir müssen sie nicht wegnehmen in der Mitte. Vor allen Dingen ist ja auch... Querträger sind hier drin, aber hier nicht. Ja, ja, stimmt. Genau, das ist der Grund, warum... Ja, moin. Entschuldigung. Äh, wir brauchen... Fusch am Bau. Wir haben wirklich ein bisschen gefuscht. Oh, mir ist ein Schmetterling auf der Axt gelandet. Moment. Ah, ne, er fliegt einfach weg. Man kann ihn nicht töten. So, und jetzt können wir das hier machen. Den halben kannst du noch behalten. Da bauen wir eine Tür. Und jetzt, ähm, ballern wir erst mal hier die Wände hoch. Also ein klassisches, amerikanisches Haus. Ja? Nur aus Holz. Pappbände. Warum kann man das nicht wegnehmen? Stabil. Mit der halben Stamm kann ich in der Ecke die Stütze machen? Ich glaube sie. Das brauche ich jetzt erst mal nicht. Das brauche ich gleich für die Tür. So. In die Ecken zwei kleine rein. Dann kannst du den in der Mitte wegnehmen. Okay, warte mal. Also wenn ich den Stamm halbiere, meinst du? Habe ich das richtig verstanden jetzt? Warte. Mann. Okay. Das heißt, wenn ich das jetzt nehme, bin ich in die Ecken. Oh. Oh. Damn. Oh. Krass. 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 Chat. Statik-Student. Halber Architekt, Digga. Aber dieses auf andere sehr krass sein. Cool. Gut, dass ich da vorher gerade gestanden bin. Ja, dachte ich mir auch. Okay. Jetzt läuft es einigermaßen. So. Wo soll denn die Tür eigentlich sein? Da auf der Seite? Ich würde hier die Tür vielleicht drinnen machen, oder? Oder hier? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Lass uns noch ein bisschen... Was macht Kevin eigentlich? Pinkeln. Okay, alles klar. Pistensee. Eichhörnchen. Joink. Ist das getrocknet? Dreitfisch? Oh. Joink. Fisch. Feuer. Was kann ich denn eigentlich mit den ganzen Knochen machen, Chat? Jetzt steht Virginia vor mir. Ja, moin. Direkt beim Feuer. Was fehlt denn hier noch? T-Klebeband? Rede ich mal um? Ich bin gerade in meinem Inventar. Was ist denn? Stoff. Ich habe keinen Stoff. Hm. Fleisch. Gute Diät. Sie setzt sich nicht ans Feuer. Sie rennt einfach die ganze Zeit nur. Knochenrüstung. Ein Seil fehlt. Hast du ein Seil, Sky? Ähm. Ich habe ein Seil. Rutschenseil. Ich weiß nicht. Ich habe eine Plane, aber... Warum ist sie wieder drin? Hä? Sie sehnt sich nach dir. Und jetzt ist sie auch noch verbuggt, Alter. Druckerharz. Hä? Druckerkatrischen. Oh, man kann auch Pistolen haben. Geil. Ich habe eine Plane. Irgendwas kann man damit bauen, habe ich gesehen. Äh, einen... Ob man nur eine Farbe damit machen kann, ist irgendwie wack. Nee, eine Plane. Warum kann ich denn in dem... Wie speichert man denn? Muss man ein Bett bauen dann hier drin oder was? Ein Bett bauen. Ein Doppelbett. Möbel. Lass mal speichern. Ich hole mir nochmal... Ähm, hast du einen Stock noch? Ähm, ja... Dann zieh mal... Nimm mal den Stock in die Hand und zieh mal hier das Zelt hoch. An der Ecke. Dann speichern wir erstmal. Dann kann ich mich jetzt in die Pommes gehen. Dann machen wir morgen weiter. Hast du morgen Zeit? Äh, morgen ja, Mittwoch nicht. Okay, alles klar. Hast du gespeichert? Ja. Alles klar. Dann lass uns mal hier... Großer Stein an der Maus ist das Problem. Damit kommen die NPCs rein. Dann müssen wir das mal... Müssen wir den Stein mal abreißen nächstes Mal. Alles klar, Sky. Wir sehen uns morgen, ne? Gleiche Zeit, denke ich. Jo, viel Spaß. Bis dann. Ja, perfekt. Bis dann. Ciao. Also, dass die da rumlatschen noch, Alter. Dass die reinlatschen, ist schon ein bisschen nervig. Aber wir werden einfach Folgendes machen. Wir werden den Stein einfach skalieren. Stimmt. Wir nehmen ihn einfach im High-Performer-Mindset. Nehmen wir den Stein einfach in unsere Infrastruktur mit auf. Wir skaliere den und dann haben wir den drin. So sieht es nämlich aus.